Moin, moin meine Aktivfreunde und das geht nicht. So Leute, was geht ab? Jetzt kommt so ein neuen Stream von mir. Tja, ich muss kurz noch mal raus. Jetzt wieder rein. So, jetzt. Ja. Gerade, ähm, nein. Nein. Nein, ich mach jetzt Turnier. Ich zock jetzt das Turnier. Und dabei muss ich mich konzentrieren. Nein, das war wegen Epic Games. Epic Games hat zu lang geladen. Dann wurde, äh, wurde mein Epic Account geschlossen kurz. Dann stand da auch, bitte warten Sie auf Ihr Epic Account. Dann muss ich meine Epic Daten wieder eingeben. So Roman, da wieder. Ja, ich war doch aus Party geklickt. Aber mein Internet geht schon die ganze Zeit. Eigentlich. Schon jetzt schon mein Ladekabel, Leute. Aber, ich werde nicht langweilig. Das geht ruck zuck. Spabieti dop. Spabieti dop. Was? Was? So, ich habe kein Ladekabel, aber Roman, ich kann gleich deine... Was? Fünf Minuten und was? Wie fünf Minuten und volle Balken, wo? Ich habe kein Ladekabel, mein Vater lädt gerade sein Handy auf. Ja. Ja. Die Audio-Einstellungen sind absolut zu laut. Absolut zu leise. 27. Und um mich. Sei mal leise. Sei mal leise, hör auf zu singen. Stream. Copyright, du Fisch. Trotzdem, war ich kein richtiger YouTuber. Noch. Vielleicht werde ich ja richtiger YouTuber. Ich glaube daran. Manche glauben nicht daran. Dann haben sie Pech gehabt. Man muss an seinen Traum glauben, Leute. Wenn Leute sagen, ich schaff das nicht, macht einfach immer weiter. Vertraut mir. So wie Luis bei dir Fußball, ne? Haben nicht immer alle welche gesagt, du schaffst das. Oder? Oder haben es alle gesagt? Dass du Fußball gut wirst. Ich habe keine Mett mehr. Ja, so. Ja. Er kommt von hinten. Oh. Er rettet mir meinen Arsch. Er fickt mich. Danke, Bruder. Kam noch einmal von oben. Er ist der Beste der Welt, Leute. Lass dich. Na, Bruder. Wenn ihr korrekt seid. Ihr Luschen. Spaß. Kurs geht raus. Weißt du, was ich schaffe? Mein kleiner Bruder. Spaß. Hehehe. So. Geh direkt in die nächste Runde. Ich zieh mir kurz ne kurze Hose an. Ich bin so ein kleiner Easer. Ich bin so ein kleiner Easer. Ich bin Araber. Bisschen dicker. Bin gut im Fortnite. Hab kein anderes Leben außer Fortnite. Hab kein anderes Leben außer Fortnite. Kapper. Bin so ein kleiner Easer. Sehr fresh aus. Schwarze Haare. Ich bin so ein kleiner Easer. Und Luis ist so der deutsche Kamo, Alter. Obwohl er nicht mal Deutscher ist. Aber Kamo ist auch gut. Weil Eason Kamo ist der beste Spieler der Welt. Lass den Follow da. Mein Zimmer ist gut. Muss erstmal ein bisschen sauber machen. Alle Kissen hoch. Deko hoch. Deko hoch. Mein Bruder. Schuhe in die Ecke. Stein. So. Jetzt kann ich zauern. Kann sie auch abhauen. Ups. Äh. Upsi. Let's go dahin. Socken zieh ich nicht aus. Weil mir ein bisschen kalt ist. Aber kurz so. So muss ich anlassen. Ah. Mein Finger. Kennst du das. Dass du deinen Finger so spürst. Dann tut es ganz kurz weh. Und dann nicht mehr. Ich hasse das. Du bekommst sogar die Sachen von dem Fallen wieder. Okay. Hier gehen zwei Stück hin. Ich glaub ich geh sogar hier hin. Damit ich die dann noch holen kann. Die Mitte, ne? Das Sturmschild. Ja, Nia, wake your chicken wings. Ja, noch eine Pamp? Ach, sauber. Mach noch mal. Jetzt. So, jetzt geh ich erst mal Mainz looten, wo ich davor war. Also, wo ich davor hingehen wollte. Ich hoffe, da ist kein Gegner gelandet. Ich guck einfach, ob irgendwo was kaputt ist. Nee, ist nicht. Das ekligste, was bei Fortnite ist, das ist das Farmen. Das ist so eklig. Ich hasse Farmen. Ich lasse immer meine Team-Mits für mich Farmen und dann frag ich auf die Metzer. Ich hasse Farmen so hart. Also, so ein paar Bäume so abnehmen, die im Weg sind. Ja, aber sonst niemals. Niemals. Mann, ich grüße. Was ist das? Mann, ich grüße. Mann, ich grüße. Oh ja, diese Ska, Pump Gun, ich nehm die Pump, Schasse Schregedäfte Ska, die x-te Waffe die es gibt. Wenn ich ne goldene Schregedäfte Ska habe und ne lila ne normale Ska legt, dann nehm ich immer die lila ne normale Ska, das stimmt eigentlich jeder so. Schregedäfte Ska hat die Connected nie bei mir und ich hab damit schon scheiß AIM. Holum, treff doch! Kein Komplimente für die Tattoos. Ich will heute noch die 200 Punkte schaffen, also schaff ich es easy. Ich schaffe den Max. Ui! Ich will mir die holen. Guckt mal Leute, die macht 20 Damage. Guckt euch die an. Wie viel Damage macht die? 22. Obwohl die grau ist. Macht Sinn, Alter. Schau mir wieder meinen Kugler. Ich muss kurz meine Haare kratzen, Brass. 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 Bratucha. Bratam. Was gerab, was, 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 was gerab. Die Karte ist da hinten. Inshallah nehm ich die mit. Dann nehm ich doch mal eine Minis mit. Ziemlich. So, jetzt brauchst du nur noch Steine, damit ich alles merkst. Du denkst, ich bin dumm, ne? So, 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 kurz runter. Wenn ich's nehm, zack, zack, ja. Nachher, nach dem Stream. Was machen wir dann? Die bei mir ist Gegner, warte mal kurz. Schau ihn an. Oh mein Gott, wie schnell, Leute. Denk nicht, ich team mit dir, kleiner Dulli. Oh Gott. 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 Okay. Okay. Auch noch eine. Wendeversch. One shot. Direkt push again. Ich hab ihn. So was hast du gesagt? Ja. Nein. Nach meinem Stream. Doch. Ich spiel so lange weiter, bis ich meinen Stream aufhöre. Schaffst du niemals. Können wir nachher machen, Digga. Ich stream eine Stunde. Ja, dann mach alleine. Ja, also. Ich wollte mich grad beschweren, weil ich keine Metz hab. Ich hab aber alles Max. Ich hab nichts. 199. Noch ein Kill. Let's go, Feldfields. Let's go, Feldfields. Ja. 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 Oh, noch von hinten, Mann. Nervt doch beide nicht. Ja, ich werde gesnipet, drei Stück. Mann, Digga. Was? Ich zocke, rette die Welt, wenn ich hier auf und zu streame. Fertig. Mit dir. Ich zocke, es rette die Welt, wenn ich auf und zu streame. Und dann kommt drauf an, wenn ich Bock habe aufzuhören. Wenn ich aufhöre, wenn ich Bock habe aufzuhören. So. Wenn ich keinen Bock mehr habe aufs Stream. So. Ich stream eine Stunde. Dann eigentlich kannst du mein Stream um. Ähm, er, die will. Stormschild, Verteidigung. Und dann noch. Salbadito, Ortadito. Ne, Papa? Mhm. Salbadito, Ortadito. Jingerlary, Pingalary. Meine Tür kommt zu. So. Jetzt bin ich in Schwitzer-Modus. 200 Punkte, minus 2, sind absolut neun. Oh, nein! Dich werde ich holen, dich werde ich holen. Warte ab, was ich mit dir mache. Er wird sowieso so kündigen. Ich gucke jetzt, wo er ausspringt. Er springt noch nicht. Was ist denn, ich weiß. Trotzdem, wie soll die, ich werde ich noch holen. Ich muss aufhören, zu singen. Hab gewusst, dass da einer landet. Direkt waschen. Minus 1 bekommen, hab ich nur. Minus 1 bekommen, hab ich nur. Minus 1 bekommen, hab ich nur. So, Sniper. Wie Monty jetzt sagen würde. Ehre. Ich glaube schon, ich hole mir jetzt die Schatzkarte direkt. Gegen mir, die geht einfach. Okay, das ist jetzt nicht so weit. Aber goldene Ska, wenn es noch Schalldämpfe ist, krass dich aus. Und es ist ja gerade Live-Event, da gucken wir auch gleich rein. Und Loot Lake. Geht doch hoch, schnell. Und jetzt. Das war... Goldene Skardiger. Rocket Launcher. Ich kann die Sniper nehmen und den Sniper nehmen. Naja, tu jetzt nicht so auf... Nitro Gamer, Alter. Die ist weg. Super. Guckt mal, Leute. 100 IQ. Zack, guck. Was hab ich gesagt, Leute? Könnt ihr mal einmal bitte klippen? Ich hab so einen fetten Pill gemacht, ne? So einen Predict-Schuss. Oh, Digga. Gib mir erst mal die Pumpgun. Bao, Gewinn. So ein Pplement besser. Probieren wir das Puls. So, das ist ein Puls. Der Maschle founder. Okay. Okay. Der ist off. Wie hieß der denn noch mal aufs Plästischen? Ich hasse ihn, Alter. Geh mal raus mit dem. Ich mag ihn nicht. 204 Punkte habe ich. Guck mal, Stream. Oh, ich wollte weiter editieren. Oh, jetzt fängt meine Hand an zu schwitzen. Aber warum hast du privat gemacht? Doch, mach auf 4. Ja. Und halt noch auf nicht privat stellen. Kommt wieder. Also, eigentlich. Wir tragen Schuhe. Ich probiere jetzt 700 IQ. Ja. 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 Ja, Pabla. Donkup. Ich nehme die Lübe, ich nehme es mit. Guck, Leute, hier war gerade ein Live-Event, da wurde alles abgebaut. So, war bei 107. Guck, hier soll ich mal was abbauen, Leute. Hier ist gerade das Live-Event, da kommt ein neuer Dings aus. Guck, Leute, kann man abbauen. Von was? Storn für Verteidigung? Ja, ich hol mir nachher, also ich hol mir so in einer Woche, zwei Wochen noch ein 70-Euro-Paket. Ich mach morgen meine ganzen Aufgaben, oder nachher noch mit dir. Hä, ein Ghost-Hit-Man. Diese Kacke. Ich muss kurz meine Augen zumachen, Aua, das tränt. Fass in die Blinzel. Schau, geh mal runter. Schau. 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 Frage mal. Was ist? Das war diese Zwillinge aus eurer Schule, die immer mit Philipp gespielt haben, Fußball. Mit Brille. Ja, 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 ja. Ja. Da, ja, ja. Da, ja, ja, ja. Da, ja, ja. Das war's für heute. die und die die warum weißt du das Warum? Wie viel V-Bucks hast du? Wie viel brauchst du denn noch? Hey, Battle Pass kostet aber 800. Ähm, 1.000 fast. Hits, hits, oh mein Gott. Ich glaub, der hat keinen Bock mehr auf seinem Leben. So, nur. Na gut. Gigi, wenn du meine Gangs hießt. Ey, nehmt du die Cornflakes mit in dein Zimmer? Ne, ich muss eigentlich... Ich snipe sowieso nicht mehr. Das ist jetzt... Die kleinste Zone, ich nimm's einfach mit. Vielleicht bekomm ich noch. In den Kugel rein. Oh, das... ...dass... ...dass weiten noch welche. ...dass weiten noch welche. Oh, das... ...dass ich noch welche. Ja, Marc. Marc, das hat mir. Okay. Okay, das ist weak. Den hab ich. Ja, klar. Du hast. Ich glaube, das ist ein Angen, das ist ein Angen, das ist ein Angen, das ist ein Angen. Ich glaube, ich töte die mich auch rein. Zona. Das ist so wie ein Loops in meinen Runden. Nein, Mann, ich habe gewusst, dass ich geholt werde, Leute. Dieser nervt mich schon die ganze Zeit. Egal, gute Runde war das. Der nervt mich schon die ganze Zeit. Ich hoffe, du wirst gesnaped, Alter. Ja, Zona, haha. Guck mal, der sprintet nicht mal. Guck den an, den Noob. So einer holt natürlich Noob und wieder mich. Guck ihn an, Digga. Wenn er ein episches schafft, 100 Euro Passive Card zieht, Digga. Er wird als übernächstes geholt. Ja. Ja gut, schon auch kurz. Ich mache mir kurz einen Toast. Habe Hunger. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020